Maxima ist in Episode 3 eine Rolle, die sehr viel von der Schauspielerin, die es spielt, abverlangt. Ich habe Eva Werutz für diese Rolle gewinnen können. Eva, du musst dir die Haare für die Rolle färben. Wir haben gerade besprochen, was du alles über dich ergehen lassen musst für die Rolle. Warum tust du das an? Ja, warum tust du mir das an? Weil ich gerne Projekte unterstütze, die gut sind. Und ich bin davon überzeugt, dass es gut wird, also unterstütze ich das. Jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage. Du bist so nett und machst auch für den Film die Kostüme. Warum tust du dir das wieder an? Du machst das bei Stoers. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wie gesagt, hinter der Kamera wird es immer schwierig. Und zwar nicht ist. Ja, wie sag uns die Kostüme. Duolly Webmaster st hoffe ich. Du bist so nett logo.